Ich studiere im Fernstudium und mache deswegen eigentlich alles von zu Hause aus. Aber heute hatte ich mir mal überlegt, dass ich mal ein bisschen einen Szenenwechsel brauche. Deswegen habe ich mir einfach die nächste Uni-Bip gesucht, die es hier in meiner Nähe gibt und bin da hingelaufen. Ich kannte die Uni halt überhaupt nicht. Also ich war da noch nie. Und es war erst mal ein bisschen verwirrend, da zurechtzufinden. Ich habe mich einfach gefühlt wie so ein RSD. Und habe dann aber zum Glück die Bip gefunden. Und es war super leer. Es war richtig, richtig gut. Aber es war auch super warm da drin. Ich wünschte, deutsche Uni würde es ein bisschen schöner aussehen. Weil irgendwie sehen die halt immer sehr hart nach 70ern aus. Ich bin natürlich auch da umzulernen. Also ist das ja eigentlich egal. Es hat auch echt richtig gut geklappt, wenn es war, einfach schön mal Abwechslung zu haben. Und ich bin am Tag einfach super viel unterwegs gewesen, super viel gelaufen. Weil ich einfach noch zur Apotheke musste und was abholen musste. Und ja, dann gab es zu Hause noch lecker Essen.